Heute verbinden wir Lottie Animation mit unserer Scrollposition und in dem Moment, wenn wir beginnen zu scrollen, seht ihr, hier gibt es so ein Wireframe, was sich einfach einanimiert in der Abhängigkeit meiner Position, wo ich gerade hinscrolle. Das funktioniert auch mit mehreren Elementen, wie ihr seht, hier unten zum Beispiel ein kleines Design, was sich einanimiert und das Ganze bietet damit eine Vielzahl von lustigen Effekten, die ihr auf eurer Webseite verbinden könnt. Wir gucken uns heute an, wie man es technisch umsetzt, aber auch wie man eventuell Möglichkeiten schafft, eigene Animationen zu bauen, also bleibt dran, wir legen jetzt los. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute bauen wir mal wieder eine Animation und zwar auch nochmal eine Scroll-based Animation, aber diesmal ermöglichen wir das Ganze mit Lottie, also wir sagen, dass wir richtig aufwändige Animationen an unseren Scroll-Prozess des Nutzers beinden können. Das ist richtig spannend und eröffnet eine Vielzahl von richtig coolen Effekten, wenn ihr Fragen oder Probleme habt. Ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr einen zu Discord, da könnt ihr der Community joinen, Fragen stellen, Fragen beantworten, euch mit Gleichgesinnten austauschen oder einfach mal Hallo sagen. Ansonsten legen wir jetzt los, viel Spaß und auf geht's. So die erste Möglichkeit, wie ihr an Animationen kommt, ist zum Beispiel über die Seite Lottie Files. Es gibt eine Reihe solcher Seiten, aber das hier ist wohl die größte, wo ihr eine ganze Reihe von Ready-to-Use-Animationen findet, wenn ihr selbst nicht so der Animateur seid oder vor allem für kleinere Geschichten, wie so ein kleines Logo hier oder alle möglichen verschiedenen Ideen. Manche davon kosten Geld, manche sind free-to-use. Ihr könnt euch damit einfach mal beschäftigen. Das ist für jeden, der einfach nur mal ein bisschen damit rumspielen möchte und nicht erst mal fünf Stunden da reinsteckt, etwas zu animieren. Für alle, die es aber mehr Kaste mögen und selbst mal ausprobieren wollen, ob sie etwas animieren können, damit machen wir jetzt weiter. Wer ein bisschen mehr Kaste mag, der muss jetzt aufpassen. Und zwar habe ich hier Adobe Illustrator geöffnet. Das ist ein Programm, was dafür da ist, einfach Vektorgrafiken zu editieren. Und in diesem Tutorial geht es nicht um Adobe Illustrator. Prinzipiell könnt ihr hier auch einfach SVG-Grafiken aus Adobe XD oder aus Figma oder aus anderen UI-Tools importieren, wo ihr zum Beispiel euer Design erstellt habt. Das Wichtige hier ist allerdings, dass ihr hier reingeht und alles nochmal kontrolliert. Einmal, dass Texte beispielsweise zu Faden umgewandelt werden. Das könnt ihr hier oben über Objekt und dann hier unten einfach auf Umwandeln, wo ihr das quasi umwandeln könnt in Fade, sodass ihr nicht noch Schriften in eure Lottie-Animationen importieren müsst. Das führt nämlich in der Regel zu gewaltigen Problemen. Das sollten auch einfach Vektorfade sein. Alles andere auf der Seite sollte nach besten Möglichkeiten auch Vektorgrafik sein. Also sowas wie Bilder zu animieren, ist immer ein bisschen problematisch, weil diese ja Pixelgrafiken sind und damit verzerrt werden könnten. Also im besten Fall alles, was ihr mit Lottie animiert, sollte Vektorgrafik sein. Das nächste, was wir brauchen, ist jedes einzelne Element, was ihr hier seht, sollte auf einer eigenen Ebene sein. Das bedeutet, diese Hintergrundfläche, dieses Häkchen, diese Schrift, ihr seht, das sind alles eigene Ebenen und das ist ganz wichtig, weil so können wir die gleichen Adobe After Effects leichter animieren und die sollten auch richtig benannt sein, sodass ihr irgendeine Chance habt, diese in Adobe After Effects auch zu identifizieren und korrekt zu animieren. Aber das machen wir jetzt und dazu öffne ich Adobe After Effects. So, der nächste Step ist wohl der komplizierteste Step und hier muss ich direkt von Anfang an sagen, ich zeige das hier jetzt nur exemplarisch. Wir werden nicht die kompletten Animationen, die ich gerade gezeigt habe, nachbauen, weil ich euch einfach versichern kann, es gibt jede Menge Channel auf YouTube, die sehr detailliert erklären, wie ihr in After Effects animiert. Das Ganze ist ein Riesenthema und dieser Step hier wird in Realität bei euch Stunden dauern. Stellt euch darauf ein, zwei, drei, vier Stunden an ganz einfachen Animationen zu arbeiten, wenn ihr gerade erst mit After Effects loslegt. Das ist unfassbar umfangreich und kostet echt viel Zeit und Nerven. Das möchte ich einfach vorneweg mal erwähnt haben. Es hat einen Grund, warum nicht jeder UI-Designer auch ein Animateur ist, beziehungsweise sich mit diesem Thema beschäftigen möchte, weil es einfach riesengroß und sehr schwer ist, da wirklich gute Sachen zu produzieren. Das andere, was ich sagen möchte, in After Effects braucht ihr ein Plugin. Dieses Plugin heißt Bodymoven. Ich habe mir das hier schon hinzugefügt. Wie dieses Plugin da reinkommt, wie man das installiert, habe ich in einem vergangenen Video schon erklärt. Ich habe unten in der Videobeschreibung auch einen Link dazu, wo ihr euch dieses Plugin runterladen könnt. Auch dort wird das sehr detailliert erklärt, wie ihr das in After Effects hinzufügen könnt. Ihr müsst das, wie gesagt, nicht machen. Ihr könnt auch eine fertige Animation nutzen. Aber das Erste, was wir jetzt machen möchten, ist einfach unsere AI-Datei, die wir gerade erstellt haben, hier einfach mal reinziehen. Sagen Composition, Layer Size, drücken OK. Und in dem Moment bekommen wir hier eine ganze Reihe von verschiedenen Ebenen und könnten die theoretisch verwenden. Unsere Demo löschen wir hier erstmal einfach raus und erstellen uns jetzt eine neue Composition. Bei mir ist das 600 Pixel und 1000 Pixel. Theoretisch ist das relativ egal, weil wir eh später das dynamisch einstellen. Ich sage jetzt hier einfach mal Wireframe, drücke auf Enter und hier haben wir schon unsere Fläche. Die ersten zwei Steps, die ich jetzt immer mache, sind hier oben auf View gehen und direkt mal das Grid einblenden. Dieses Grid sollte genauso groß sein wie unsere AI-Datei, beziehungsweise das, was wir in Adobe Illustrator benutzt haben. Außerdem möchte ich, dass unsere Ebenen zu unserem Grid snappen, sodass man quasi sich damit einfach die Arbeit etwas erleichtert. Das nächste, was wir machen, ist, wir ziehen uns einfach unseren Background hier rein. Zack! Und haben jetzt wunderbar unsere Fläche. Der nächste Step ist quasi, diesen Background als Ebene zu importieren. Deswegen sagen wir Create, Create Shapes from Vector Layer, drücken hier auf OK und in dem Moment können wir unsere untere Ebene hier rauslöschen und haben jetzt hier eine Shape. Und wenn wir ranscrollen, sehen wir, das ist gestochen scharf und so habt ihr quasi auch später richtig schöne Animationen. Das nächste, was wir machen wollen, wir klicken diese Ebene an, drücken einfach T, dann sehen wir hier die Opacity und sagen erstmal standardmäßig auf 0. Drücken hier auf die kleine Zeituhr, um einen Timestamp zu erzeugen, also einen Keyframe und gehen jetzt einfach mal, keine Ahnung, 5 Sekunden ist ein bisschen viel. Gehen wir mal auf so anderthalb, na zwei Sekunden. Gehen wir auf zwei Sekunden und ziehen hier die Opacity wieder hoch. In dem Moment haben wir quasi so einen kleinen Verlauf gemacht, der sich jetzt in zwei Sekunden animiert. Zwei Sekunden sind wie gesagt ein bisschen lang, wir machen das mal deutlich weniger. In dem Moment, wenn wir es hochziehen, haben wir hier so einen schönen Verlauf drin, wo sich das animiert. Ihr könnt das natürlich jetzt daggern, also ihr könnt hier nicht nur irgendwie jetzt die Opacity anzeigen, sondern ihr könnt auch noch ganz andere Sachen animieren. Da müsst ihr auf diesen kleinen File klicken, auf Transform und hier zum Beispiel Scale, Position. Wir wollen die Position animieren von 400 Pixel. Hier oben wollen wir jetzt, wenn das weitergeht, einfach hier wieder runter auf 500 und dabei blenden wir das ein. Also so haben wir jetzt quasi eine Animation gebaut, wo es von oben runter kommt und sich währenddessen einblendet. Genau auf diese Weise müsst ihr jetzt durch alle Ebenen durch, wie euch das gefällt. Ihr könnt das einblenden, ausblenden, ihr könnt Fahrtanimationen benutzen. In After Effects sind euch hier nicht wirklich Grenzen gesetzt. Wie gesagt, wenn ihr euch hier richtig mit beschäftigen wollt, holt euch eine Reihe auf Udemy, wo ihr dieses Programm in aller Detail halt lernt. Wichtig ist nur, ihr braucht immer Shapes. Das ist das oberste, was ihr beachten müsst, wenn ihr in irgendeiner Form Lottie Animationen erstellen möchtet. So, wenn man das Ganze jetzt mal ein bisschen weiterspielt und das wirklich für alle Ebenen durchgezogen hat und jede Ebene irgendwie animiert wurde, hier zum Beispiel nur mit Transform, mit Scale, ihr könnt das wie halt auch mit CSS-Attributen durchanimieren, dann hat man irgendwann eine Animation, wo hier zum Beispiel erstmal dieses Wireframe sich einblendet und wenn man da ein bisschen weiter geht, dann wird das Wireframe quasi zu unserem Design und so hat man dann eine fertige Animation, die man später verwenden kann. Man könnte hier auch ohne weiteres zwei eigene Animationen anlegen. Das Ding ist aber, dass ihr in dem Moment mehrere Requests macht, weil ihr später ja dieses Data.json, was Lottie generiert, laden müsst und das kostet Zeit und das sollte man immer so weit vereinfachen, wie es möglich ist, damit ihr immer noch die guten Page-Load-Zeiten bei Google Page-Speed und so weiter erreicht. Um daraus jetzt eine Lottie-Animation zu erstellen, gehen wir hier oben auf Bodymoven und hier sehen wir schon, unsere Animation wurde hinzugefügt, also hier sehen wir unsere Animation. Das ist quasi unsere Fläche, die wir auch hier oben als Animation betitelt haben. Sagen, wir wollen das jetzt auf dem Desktop speichern, hier halt als Data.json. Ihr könnt das auch umbenennen, ihr könnt das in irgendeine andere Weise benennen, aber prinzipiell habe ich das als Data.json gemacht. Außerdem können wir hier die Settings beeinflussen, also wenn ihr beispielsweise Glyphs verwendet, würde ich das hier anklicken, damit ihr quasi Ausschriften Pfade macht. Ich würde aber immer empfehlen, dass ihr das im Vorfeld schon ausschließt. Ansonsten müssen wir hier gerade nichts machen. Außerdem müssen wir hier unten einfach nur Standard anklicken. Ihr könnt euch hier aber direkt eine Demo mit einer HTML-Seite importieren, beziehungsweise exportieren, sodass ihr das dort auch verwenden könnt. Ansonsten, wie gesagt, müssen wir hier nicht viel machen. Machen wir einfach Save und drücken jetzt auf Render. Das läuft jetzt einmal kurz durch und in dem Moment haben wir eine fertige Lottie-Animation erstellt und wir können die auch previewen. In dem Moment kann ich zum Beispiel jetzt einfach hier hingehen und unsere Data.json, die ich hier erstellt habe, auswählen. Und wir sehen die jetzt hier schon und ich kann hier noch einmal durchscrollen. Also hier kann ich noch einmal verifizieren, dass meine Lottie-Animation wirklich so aussieht, wie sie aussehen soll. Und wir sehen hier unten auch die Frames, die ich maximal erstelle. Und diese Frames hier sind ein wichtiger Indikator, weil damit können wir später entscheiden, welchen Frame wir zu welchem Scroll-Zeitpunkt anzeigen wollen. Deswegen ist diese Hilfe hier sehr wichtig, wenn ihr später entscheiden wollt, welche Segmente eure Animationen ihr wirklich darstellen wollt. Da wir jetzt unsere Animationen haben, wechseln wir aber mal in unseren Code-Editor, um da wirklich ein bisschen mehr mitzumachen. So und los geht's, wie in jedem meiner Videos. Erster mit der Erklärung meines Setups. Prinzipiell seht ihr meinen Standard-Entwicklungs-Setup. Das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da erkläre ich das alles, wie das aufgebaut ist, was ich da so alles mache. Und hier in der Seite seht ihr Chrome. Grundsätzlich habe ich hier unser Data.json-File schon in unseren Assets hinzugefügt. Also das ist quasi der Code, der aus After Effects rauskommt oder den ihr beispielsweise von der Lottie-Seite euch laden könnt, wenn ihr irgendeine Animation gekauft habt oder jemanden beauftragt habt, eure Animationen zu erstellen. Das Erste, was wir jetzt machen, ist, zwei Sachen zu installieren. Wir brauchen nämlich neben unseren Standard-Tools zwei wichtige Features, die wir installieren müssen. Und das Erste, was das ist, das geben wir hier unten ein, npm-i und dann Lottie-Files, Lottie-Player. Den müssen wir einmal installieren. Und das Nächste, was wir installieren müssen, ist quasi ein weiteres Plugin, was uns ermöglicht, Interaktivität zu nutzen. Deswegen npm-i und hier Lottie-Files slash Lottie-Interactivity. Der Link zu beiden Repositories ist natürlich in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch genau diese Zeilen-Code rauskopieren. Ansonsten haben wir das aber so schon erledigt und können jetzt loslegen, unseren HTML-Code für unsere Animation mal zu bauen. So wie bei jedem Projekt brauchen wir erstmal ein bisschen HTML-Code und in unserem Fall brauchen wir drei verschiedene Sections. Diese haben nicht direkt etwas damit zu tun, dass wir damit etwas animieren, sondern dass wir drei verschiedene Sektionen haben, durch die wir durchscrollen können. Also jeder dieser Sections wird später 100 View-Height hoch, damit wir einfach scrollen können. Die erste ist daher für mich nur ein absoluter Platzhalter und bleibt einfach leer. Und danach erschaffen wir uns hier drin eine Diff-Box, das heißt wir sagen Diff.Box, und haben jetzt quasi einen kleinen Container erschaffen, in dem ich mir jetzt zum Beispiel einfach eine H3 reinkopiere, dass wir ein bisschen Inhalt haben, und einen Paragrafen mit ein bisschen Lorem-Y-Text. In dem Moment speichere ich das ab und wir sehen jetzt, wir haben ein bisschen Text erzeugt. Das brauchen wir zweimal, deswegen kopiere ich mir das jetzt hier einfach und kopiere mir das hier unten einmal rein, sage aber hier, das ist Design. Bei euch wäre es natürlich sinnvoll, wenn hier ein bisschen mehr Inhalt drin steht und nicht nur ein bisschen Lorem-Y-Stum, aber für das Tutorial, denke ich, können wir das so lassen. Das nächste, was wir brauchen, ist ein Lottie-Player. Diesen Lottie-Player könnt ihr nur verwenden, wenn ihr vorher das Skript installiert habt und die Steps, die wir gleich noch in unserem JavaScript-Part machen, auch etabliert. Das heißt, das wird im ersten Moment jetzt zu Fehlern führen, das ist aber nicht weiter tragisch für uns. Wir sagen hier, okay, unser Lottie-Player ist eine Web-Component mit einer ID. Das erste, was wir sagen, okay, unsere erste Animation hat die ID Animation Wireframe, damit wir wissen, was damit gemeint ist. Außerdem soll unsere Animation eine Klasse bekommen, damit wir da auch ein bisschen CSS-Attribute drauf legen können. In dem Moment, wenn ich das abspeichere, passiert, wie gesagt, nichts, weil das hier nicht wirklich interpretiert wird. Das nächste, was wir sagen, okay, es handelt sich dabei um eine normale Lottie-Animation, deswegen Mode Normal und jetzt müssen wir einen Source angeben. Wie bei einem Bild oder einem Video braucht unser Lottie-Player eine Source und das machen wir mit src und sagen hier gleich und jetzt verweisen wir einfach auf unseren Assets-Ordner. Hier drin gehen wir in unseren Lottie-Ordner und hier data.json. Sagen wir, okay, das passt wunderbar. Das nächste, was wir machen, dieses müssen wir einmal kopieren und natürlich hier unten auch einmal einfügen. Allerdings natürlich nicht mit Wireframe, sondern mit einer anderen ID und zwar Design. Hiermit sind wir schon am Ende unseres HTML-Templates und können jetzt ein bisschen CSS bauen, dass das nicht mehr ganz so schrecklich hier aussieht. Also los geht's. So, in unserem SCSS-Verzeichnis kann ich hier jetzt einfach sagen, okay, wir würden als erstes gerne mal unsere Sections stylen und das erste, was wir hier machen wollen, zu sagen, okay, jede Section ist 100 View-Height hoch, also 100% unseres Browsers. Das bedeutet, wir haben jetzt was zum Scrollen. Das ist der einzige Zweck dieser Sections. Das hat nichts mit dem eigentlichen Animationseffekt zu tun. Das nächste, okay, wir sagen, jede Section ist auch 100% weit und wir wollen gerne die Gesamtinhalte in der Section einer Row positionieren und zentral ausrichten. Das machen wir über Display-Flex, Flex-Direction-Row, dass wir das in einer Reihe haben, also den Text neben unserer Animation und das beides wollen wir quasi genau in der Mitte, horizontal und vertikal. Wenn ich das jetzt abspeichere und drunter scrolle, verändert das aber noch nicht wirklich etwas, aber wir können jetzt hier auch unsere Div-Box mit der Klasse Box ansprechen und sagen hier zum Beispiel, okay, wir hätten gerne an die linke rechte Seite zwei Rem-Abstand. Außerdem würden wir hier gerne eine Weite definieren, in meinem Fall 15 Rem. Das könnt ihr natürlich definieren, wie ihr wollt. Jetzt sind unsere Texte schon mal so ein kleiner Container hier. Außerdem haben wir ja unseren Animationselement, also dem Lottie-Player, eine Klasse Animation-Container gegeben und hier müssen wir jetzt sagen, okay, wie groß ist denn unser Animations-Container, in meinem Fall 15 Rem. Außerdem sagen wir, wir haben eine Höhe von Auto, also die Höhe soll sich anpassen. Wir können jetzt hier zum Beispiel auch mal, um es zu verdeutlichen, einen Background reinreichen, aber wie gesagt, da passiert erstmal noch nichts, den würde man erst später sehen, deswegen löschen wir ihn jetzt einfach raus. Grundsätzlich war das alles, was wir in CSS brauchen. Der ganze Rest kommt jetzt in JavaScript, aber auch das ist nicht so schwer und nicht sonderlich kompliziert, daher los geht's. So, um jetzt wirklich damit arbeiten zu können, ist das Erste, was wir hier machen, ist, wir importieren einmal unseren Lottie-Player, dass wenn wir das jetzt abspeichern, das auch wirklich funktioniert und keinen Fehler mehr hinzufügt. Das Zweite ist, wir importieren eine Funktion Create aus unserer Lottie-Interactivity-Projekt, was wir ja zu Beginn des Videos schon installiert haben und in dem Moment, wenn wir das jetzt abspeichern, passiert aber immer noch nicht wirklich viel, weil wir ja noch nichts aufrufen. Das Erste, was wir jetzt machen müssen und das kann man noch nicht umgehen, ist unser Window-Objekt anzusprechen. Hierauf legen wir jetzt ein Event-Listener und sagen, okay, wenn das Ganze geladen hat, also hier Load, dann sagen wir Komma, Klammer auf und führen eine Funktion aus und in dieser Funktion greifen wir auf unsere Create-Function hier oben zu mit einem Objekt, was wir jetzt noch definieren müssen. Das Erste, was wir jetzt sagen, okay, den Mode wollen wir gerne als Scroll machen, also wir wollen ja eine Scroll-Animation beinden und wir müssen jetzt einen Player ansprechen. Unsere beiden Player haben ja eine ID von uns bekommen, in meinem Fall die erste Animation, die wir haben, heißt Animation-Wireframe als ID. Außerdem können wir jetzt Actions definieren, das ist quasi ein Array von verschiedenen Keyframes sozusagen, die ihr ansprechen könnt. In meinem Fall ist das also ein Objekt und ich sage jetzt als erstes die Visibility. Die Visibility beschreibt dabei einfach nur von 0 Visibility bis zu 1.5 Visibility, möchte ich gerne etwas animieren, also das sind quasi meine Rahmenbedingungen und es gibt verschiedene Types. Unser Type, den wir nutzen wollen oder den man nutzen muss, in dem Moment, wenn man Scroll nimmt, ist Seek, ihr findet unten in der Videobeschreibung bei Lottie Interactivity aber eine Erklärung, was da so alles hinter steckt, weil es gibt auch noch Play, Pause und so weiter. Ihr könnt damit also mehr machen als nur Scroll-Animationen. Wenn ihr da Interesse dran habt, schreibt das mal in die Videokommentare, dann mache ich da noch ein paar mehr Videos dran. Außerdem möchte ich jetzt gerne Frames definieren. Ich möchte also sagen, okay, unsere erste Animation soll von 0 bis zu 1.5 Visibility von dem Frame 0 zu dem Frame 200 gehen. Also ich möchte noch nicht, dass unsere Design-Animation angezeigt wird sondern wirklich nur die Wireframe-Animation. Wenn ich das jetzt abspeichere und wir hier mal ein bisschen scrollen, dann sehen wir, wir haben jetzt hier schon wunderbar unsere Box und die wird auch schon animiert. Aber was genau hat es jetzt mit dieser Visibility und dieser 1.5 auf sich? Warum habe ich das da reingeschrieben? Wenn ich hier zum Beispiel reinschreibe 0.25 und ich jetzt beginne zu scrollen, dann seht ihr, dass unsere Animation hier unten schon anfängt, weil das gerade so zu sehen ist. Wenn ich aber beispielsweise sage, okay, ich habe hier 1.0 und nicht 1.5 und ich beginne zu scrollen, dann ist unsere Animation jetzt schon komplett abgeschlossen, obwohl ich ja noch viel Platz nach oben habe. Ihr könnt also mit dieser Zahl variieren, wann quasi die Animation hier erreicht ist. Also wann die 200er, also der 200er Frame erreicht ist. Also umso größer die Zahl hier ist, umso weiter nach oben muss ich gescrollt haben, damit unsere Animation quasi diesen Ziel-Frame erreicht hat. Wir haben natürlich zwei Animationen. Die zweite Animation sieht genauso aus. Ich sage jetzt hier einfach Create, beziehe mich aber hier auf unsere Animation-Design-ID und sage hier eine andere Höhe und auch eine andere Framezahl, sodass, wenn ich das jetzt abspeichere und ich jetzt beginne zu scrollen, haben wir jetzt unseren Wireframe voll animiert und wenn ich jetzt runter scrolle, haben wir aber unser Design deutlich eher animiert, weil wir jetzt ja nicht weiter nach unten scrollen können. Hier heißt es also Visibility und auch die Frame Counts. Einfach ein bisschen ausprobieren, bis ihr zufrieden seid mit der Animation und das mit den restlichen Effekten auf eurer Webseite passt. Und dann habt ihr definitiv einen richtig coolen Hingucker gebaut mit sehr einfachen Möglichkeiten, sofern man natürlich einen passenden Animator im Team hat oder das Portemonnaie, das einfach auszulagern. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, findet ihr dort auch jede Menge Social Media Links, wo ihr mich erreichen könnt, aber auch Affiliate und andere Partnerseiten, wo ihr mich supporten könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao! Bis dahin, viel Spaß!